Grüezi miteinander, ich bin Uwe Scheibler von WC-Kontakt und WC ganz herzlich einladen zu einem Stadtspaziergang. Städtenbau und Klimawandel, das ist unser Thema am 24. Mai. Städtenbau, das ist eigentlich ganz einfach. Jede von uns könnte Stadt bauen oder nicht. Man nimmt einfach ein Haufen Häuser, ein paar Fabriken, Läder und verbindet sie mit der Strasse. Und dann braucht man vielleicht noch ein Restaurant dazu und natürlich einen Stadtplatz und ein paar Stadtperke. Ist doch ganz einfach, fast wie ein Zwitziker. Fast wie ein Zwitziker? Ja, da müsste man doch vielleicht noch etwas genauer anschauen. Ein Haufen Häuser haben wir natürlich, ein Haufen Strassen auch. Mit den Fabriken und den Lädern, da wird es schon ein bisschen knapp. Und wenn man dann auf die Suche geht nach einem Stadtplatz oder nach Stadtperken, woher läuft es, da wird es dann feister. Also so einfach ist es dann, glaube ich, doch nicht. Und dann kommt ja noch der Klimawandel dazu, die Überaltrung der Bevölkerung. Und es kommen auch immer mehr Leute auf Witziker, die wohnen und arbeiten und leben wollen. Ja, man sieht, das ist eine komplexe Geschichte. Wenn Sie sich für diese Geschichte interessieren, dann kommen Sie doch einfach an unseren nächsten Stadtspaziergang. Dort können Sie auch Ihre eigenen Vorstellungen erzählen und miteinander diskutieren. Am 24. Mai, am Sechsitzabend auf dem Parkplatz von der Kronen, treffen wir uns für etwa zwei Stunden zu einem gemütlichen Rundgang in Oberwitziken. Sie kommen dann auch nur kleine Dokumentation rüber. Und zum Schluss noch ein kleiner Geheimtipp. Die erlässigsten Diskussionen, die haben wir immer nach dem Rundgang dann in den Baits. Die Kronen